Braintree Academy Franchise, was ist das? Als Franchise-Partner und Coach der Braintree Academy hast du Zugriff auf Infra-, Prozess- und Personalstruktur in einem wirtschaftlichen Netzwerk der Extraklasse zur völligen Begeisterung plus Umsetzung durch Wissenstransfer für Leadership 4.0. Konkret heißt das, kostenfreie Nutzung von zwei voll ausgestatteten Filialen in Ulm und Berlin, Lern-Supermarkt in allen Bereichen von Führung mit weit über 400 Tutorials und über 60 Power-Werkzeugen, wöchentliche Supervision und Vertriebscoaching plus, und das hat sonst niemand, unser hauseigenes Vertriebsteam arbeitet für dich und deinen Erfolg als Coach. Vertriebler machen Vertrieb, damit der Coach coachen kann. Also, mach deine Erfolgsträume als Coach wahr und wart nicht, denn die Zeit ist ein Mörder.